stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann Heilandsworte Gebet Milliarden und Millionen Mal Mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal obfeln wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herz Mariens und mit ihrem Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Und ich gern sie retten Verkünde es Heilandsworte Ich brauche Sühneselern, die dieses Gebet täglich und möglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht, dieses Tages Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig Wir lieben euch Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Wohlschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilfe auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilfe auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Bitte täglich den Herzenstausch mit Jesus und der Heiligen Jungfrau Maria Allerheiligste Jungfrau Maria Tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus Gehen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Liebster Herr Jesus Christus, von Nazareth Sohn des lebendigen Gottes Tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus Gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Amen Goldnes Arbe Maria, wie der heiligen Gertrud offenbart Sei gegrüßte weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit Du leuchtende Rose, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kinderlieb Uns allen deinen Segen geben Und die Sagen geben Die Sagen geben